Hallo zu Andeguit, Claudia Schiesel mein Name. Heute geht es um das Thema New Alpe Adria Netzwerk. Vor mir steht Herr Ingenieur Josef Herx, eines Zeichens der Präsident der Steirischen Wirtschaftskammer und er erklärt uns kurz, um was es hier bei diesem Netzwerk geht. Das New Alpe Adria Netzwerktreffen hat in Graz stattgefunden, mit der Zielsetzung für die Zukunft inhaltliche Schwerpunkte festzulegen. Es waren heute neun Spitzenrepräsentanten, Präsidentinnen und Präsidenten aus neun unterschiedlichen Nachbarländern bei uns anwesend und wir haben hier auch die Schwerpunkte definiert. Die größten Partner sind Slowenien, Österreich, Kroatien und Italien. Wie wichtig ist sozusagen diese Region für die Steiermark, die auch eine historische Bindung zu diesen Regionen hat? Ja, diese Region hat natürlich eine große historische Bindung, eine große Vergangenheit, aber die Vergangenheit ist so quasi das bindende Glied, die Innovation, der gemeinsame Auftrag für die Zukunft, hier unseren Wirtschaftsraum nachbarschaftlich weiterzuentwickeln. Wir haben im Inhaltlichen festgelegt, dass besonderen Schwerpunkte natürlich in Ausbildung, Qualifizierung liegen, auch die Weiterentwicklung der europäischen Netzwerke. Das heißt, wir brauchen natürlich diese Verkehrsinfrastrukturbereiche, Bühren-Schober bzw. Bührendauernachse, baltischer, triatischer Bereich. Wir sehen darin große Möglichkeiten, dass wir uns auch in Zukunft in diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum gut weiterentwickeln können. Da gibt es ja auch dann in weiterer Folge, wenn Sie das Thema Verkehr ansprechen, vier Häfen, nämlich Triest, Trijeka, Pola und wenn ich mich koppe, genau, da wären wir jetzt entfallen. Wie wichtig sind diese Häfen für die Steiermark und was bringt es sozusagen auch für die sogenannte Hochseebilanz? Diese Häfen sind sehr, sehr wichtig, gewinnen an Bedeutung, sind für den nationalen Bereich in den Ländern ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, für die steirische Wirtschaft und auch darüber hinaus für den gesamten Bereich, auch Oberösterreich und Bayern. Das heißt, hier ist ein ganz wesentlicher Faktor, wir wissen, hier gibt es Aufholbedarf in der Infrastruktur, die Bahnanbindung entspricht nicht mehr so quasi dem Stand der Technik, hier muss etwas investiert werden und das gemeinsame Ziel ist es auch, diesen Korridor in den transeuropäischen Netzwerkplan aufzunehmen, um in Zukunft hier auch eine starke Achse zu entwickeln. Bezüglich Dresd, da gibt es ein paar Sonderregelungen, weil Dresd hat seit 2017, ein neues Hafenstatut durch die italienische Regierung bekommen. Das basiert wiederum auf diesem Friedensvertrag von 1947, wo eben Dresd einmal kurzfristig ein eigener Staat war. Wie wichtig ist sozusagen auch hier die Einbindung der österreichischen Sonderrechte, die im ursprünglichen Hafendekret von 1947 deklariert sind? Naja, das gibt natürlich Möglichkeiten für den Hafen Dresd, man hat hier natürlich auch große Anstrengungen unternommen und unternimmt sie auch, diesen Standort auch weiterzuentwickeln und der Bedarf ist vorhanden. Wir wissen, dass der gesamte Bereich der nordatratischen Häfen für den Export- bzw. auch für den Importbereich ganz, ganz wesentliche Anknüpfpunkte sind und deshalb ist natürlich jede Initiative, die gesetzt wird, für unsere Wirtschaft auch wichtig, weil wir im gesamten Wirtschaftsraum mit partizipieren können. Also das heißt, wird es auch in Zukunft einen starken Fokus auf Dresd geben? Natürlich sämtliche. Es wird Dresd, genauso wie Koper, Reeka und alle anderen Möglichkeiten natürlich auch mit weiterentwickelt, weil wir brauchen im gesamten Netzwerk Alpe Adria quasi jeden Anknüpfpunkt an den internationalen Export. Abschließendes Thema, Fachkräftemangel, das betrifft ja anscheinend alle Regionen. Wie wird sich da die steirische Wirtschaftskammer einbringen? Gibt es da auch eine Internationalisierung vom Talent Center? Das Talent Center wird heute noch präsentiert. Wir wollen natürlich damit aufzeigen, wie wichtig es ist, Fachkräfteausbildung voranzutreiben. Wir können uns es nicht mehr quasi erlauben, irgendjemanden im Ausbildungsbereich zu verlieren. Deshalb brauchen wir alle Anstrengungen und wir wollen hier auch mit unserer Initiative auch einen gewissen Benchmark setzen und diese Optionen und Möglichkeiten auch unseren Nachbarländern anzubieten. Herr Präsident, danke für das Gespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!